Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es eine weitere Squadbuilding Challenge, wir haben Mittwoch, diesmal kein Silverstar, also diesbezüglich gibt es nichts Neues in den Zielen, nichts in den Objectives, es ist Koundé, Jules Koundé und Alex Telles. Die Showdown Squadbuilding Challenge ist am Start, La Liga Showdown Sevilla gegen Barcelona, bevor wir uns das anschauen und auch ein paar 85x10er Upgrade Packs heute hier in dem Video machen, zerstört wieder sehr sehr gerne ein Like button, ich bin nach wie vor euch am Start, es ist Ende August, jetzt geht es rein in den September und dann geht es ganz ganz schnell, hoffentlich mit FIFA 23 los. Zerstört ordentlich den Like button, support ist kein Mordfreunde, gerne für den Algorithmus einen Kommentar hinterlassen mit eurer Meinung zum heutigen Content und wenn ihr es noch nicht getan habt, auf dem Weg von 64.000 Abonnenten, sehr sehr gerne, kostenlos, einfach mal ein Abo dalassen, um Support zu zeigen, Dankeschön an dieser Stelle dafür. Wenn ihr das Ganze live mal sehen wollt, kommt vorbei, twitch.tv-ArchieGaming, ich werde wahrscheinlich auch Samstag gegen 15 Uhr, wir werden ein Watch-Along machen, Bundesliga-Watch-Along, gerne vorbeischauen, bin ich live, jeden Tag sowieso bei Twitch, kommt gerne vorbei, da nehmen wir gemeinsam den 19 Uhr Content auf. Also, gehen wir rein, Schulz Kunde und Alex Telles, die Upgrades schauen wir uns gleich an, fangen wir erstmal mit Alex Telles an und sehen, vier Sterne, vier Sterne, hoche Mittelarbeitsraten und ja, dunkelgrüne Stats von oben bis unten gefühlt. Wenn ich die Stats hier gerade so sehe, vor allem mit 900 Ausdauer, denke ich direkt erstmal eine ZDM-Karte, beziehungsweise einen ZM zu nutzen. Ja, er hat alles was man will, Zuverlässigkeit bringt er noch mit, Teamspieler Außenrissschuss, bei ihm wird es interessant, weil er wie gesagt wirklich Transferkarte am Start hat, mit eben Sevilla, heißt komplett andere Liga. Aus der Premier League, rein in die La Liga, da bringt er zwei Segmente mit und das ist ein 86er und ein 87er, relativ high-rated, wir werden uns gleich beim Footband anschauen, wie eben das Upgrade aussieht, da bin ich mal sehr gespannt. Und Jules Koundé, der ja sowieso schon bei Sevilla ist, jetzt eben hier mit der Barcelona-Karte und da muss ich ehrlich sagen, Freunde, mein erster Gedanke war, oh, schon wieder ein Innenverteidiger. Ich glaube FIFA 22, und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, kann man im Großen und Ganzen eigentlich da zusammenfassen mit einer Innenverteidiger-Party oder ja, habt ihr vielleicht andere wunderbare Buchtitel sozusagen für FIFA 22 und Innenverteidiger, aber das muss man wirklich so sagen. Also Innenverteidiger sind hier wirklich nicht wenige unterwegs, ja, Diego Carlos jetzt zuletzt beispielsweise rausgekommen, Rüdiger, ja, und jetzt einfach noch ein Jules Koundé mit 94 Tempo, was wir jetzt schon sehen, wenn wir uns das anschauen, 3-Ständer, 3-Ständer, hohe Arbeitsraten, ihr seht es hier einmal, Tempo ist da, ja, Reaktion auf 99, Verteidigen, Physis, alles auch da, Wunder, Bärchen, 99 kurzer Pass, was noch auffällt, und Eigenschaften, nö, da hat er keinen Bock, da bringt er keine mit, alles klar, danke dafür. Er bringt aber ein Segment mehr mit, und dieses eine Segment hört auf den Namen 84er-Gerateder-Squad, sonst auch ein 86er und ein 87er-Gerateder-Squad, jeweils mit Low-Rated-Teamschmie, und hier stellt sich natürlich auch wieder die Frage, ja, warte denn jetzt, lohnt sich das Ganze oder nicht? Zur Hilfe kommt natürlich die, die jeden Tag jetzt da ist, 10-mal wiederholbar, also im Endeffekt, unendlich eben mal refreshable, die 85er-10er-Upgrade-SBC für 23 Stunden da, ne, morgen also wieder 10-mal machbar, und mit diesen Packs, da ist es relativ einfach, dann diese beiden auf jeden Fall mitzunehmen, die Frage ist, wer gewinnt, ja, oder wieder unentschieden, ja, wie beim letzten Mal auch mit Pogba und Co., da bekommt ihr ein Plus-1, der Gewinner bekommt, wenn dann eine Mattschaft gewinnen sollte, ein Plus-2-Upgrade für alle die, die noch nicht wissen, was wird eigentlich Showdown-SBCs. Ja, nur zwei Tage da, da muss ich ehrlich sagen, ist wieder ein bisschen böse, ein bisschen kurze Zeit, aber wir schauen mal rein, wie das Upgrade denn aussieht. Vorweg, ich hab's gesagt, 85er-10er-Upgrades sind wieder da, davon wollen wir heute auch einige machen, wir haben die letzten 2-3 Tage ja schon einige geöffnet, ähm, von den Packs, wenn ihr also mehr davon sehen wollt, geht einfach auf den Hauptchannel, geht in die letzten Videos rein, da öffnen wir einmal 14, einmal über 10 und so weiter und so fort, also genug schon am Start, auch auf dem Clip-Channel, insofern, da sollte es nicht von zu wenig auf dem Kanal geben. Gehen wir heute auch wieder rein, mit den nächsten 85er-10er-Packs und schauen rein, was das Ganze gibt. Ich hab schon eine ganze Transferliste voll mit High-Rated-Futter, ähm, und man zieht gefühlt, ich weiß nicht, wie ihr es fühlt, aber man zieht tatsächlich gefühlt immer das Gleiche, mal schauen, wie es jetzt hier aussieht. Viele Duplikate, ja, so sieht gefühlt jedes 85er-10er-Pack bei mir momentan aus. Schlotterbeck, Nunu-Mensch, Ferati und Schmeichel, keine Duplikate, dann haben wir Hamzik, Shalanulu, Vizka, Srinja, also im Endeffekt immer das Gleiche, Friends, immer das Gleiche. Ich weiß nicht, was da los ist, ist schon ein bisschen böse, aber wir gehen auf jeden Fall rein in die nächsten, würde ich sagen. Also, let's go und rein da. Bevor ich's vergesse, Freunde, vorab wollen wir natürlich zu Footbin einmal springen, ich nehm euch mit und ihr seht es einmal direkt schon, Kunde und Teles, die hier am Start sind. Da sehen wir schon 93er-Kunde, der uns anlacht, also da bin ich mal aufs Upgrade gespannt. Hier, oh, die kommen beide sehr gut an, das gefällt mir sehr gut, ist ähnlich wie mein erster Eindruck, auf jeden Fall eben In-Game gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt auf das Upgrade. Also, Jules Kunde, natürlich der Barca Link, das erstmal vorweg. Oh, und das Upgrade, hätte ich mir tatsächlich gerade bei, oh, okay, hätte ich tatsächlich gedacht, ist höher. Plus drei Pace, was auffällt, langer Pass, plus sieben, was doch sehr, sehr, also Pass ist sehr, sehr gut geboostet, muss man hier sehen, auf jeden Fall. Und sonst, alles plus eins, plus zwei, ja, gut, er ist schon in der Liga gewesen, ne, insofern hat er quasi nochmal eine ganz andere Hausnummer. 93er-Rating bei ihm abstarten. Dann haben wir Alex Telles mit Forster, Forster, was hatte der Kollege denn vorher, drei Sterne, vier, also drei Sterne, zwei Sterne auf 4,4 ist natürlich jetzt schon mal ein richtig guter Boost, das kann man definitiv sagen. Ja, und der gefällt mir irgendwie besser. Er hat ein Segment weniger, er ist komplett jetzt, wie gesagt, in einer ganz anderen Liga unterwegs und der Boost ist auch ordentlich abstarten. Ich meine, klar, er hat keine 93er-grade Karte, wie jetzt schon Jules Condé, dementsprechend kann der Boost natürlich, oder ist der Boost logischerweise ein bisschen higher rated, aber ganz ehrlich, für zwei Segmente, sympathisch Brasilien-Link, Linksverteidiger. Gut, da werden schon viele andere auch andere Spiele haben, aber grundsätzlich sehe ich da auf jeden Fall keine Probleme. Marcelo hier mit 5'5, Renan Lodi haben viele, Carlos haben natürlich auch viele auf der linken Seite stehen, aber das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und wenn wir uns jetzt hier die französischen Innenverteidiger anschauen, dann sehen wir auch hier, war ran. Also wir können hier auf jeden Fall ordentlich Party machen, das ist auf jeden Fall auch definitiv fest und ich glaube, Preise sind noch nicht da, das heißt, wir können auf jeden Fall beide Daumen nach oben machen für die Squad-Building-Challenges, finde ich, eine Top-Geschichte und wenn man Bock hat, kann man sie auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ihr keinen Bock habt, lasst sie einfach links liegen und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die nächsten 85x10er-Packs. Abwart und let's go! So, weiter geht es. Lasst mich gerne in den Kommentaren natürlich auch wissen, wie eure 85x10er-Packs so aussahen und wie gesagt, was ich eben erwähnt habe, ob sie ähnlich, oh nein. Oh, ich dachte kurz, ich dachte kurz von der Flagge her, es wäre Hamzik wieder. Es ist Milikovic, Savic und vier Duplikate hier am Start, das ist ein ganz ordentliches Set, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und das nächste, es geht Schlag auf Schlag, drittes fürs Video, Deutschland ZOM und ein Müller Back-to-Back hatten wir eben als Duplikat. Ist auch diesmal ein Duplikat, ist die Frage der Fragen und die Antwort ist, ja, das einzige Duplikat sogar. Das einzige Duplikat, Cola noch als Deutscher unterwegs und uns positiv zu sehen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Goldkarten zwar, aber nur ein Duplikat. Immerhin, immerhin etwas, oder? Was meint ihr? So, Freunde, zum Abschluss machen wir natürlich noch eins, 85x10er-Pack auf und damit soll es es dann für heute zumindest gewesen sein. Wie gesagt, jeden Tag bin ich für euch auf jeden Fall am Start. Müller kommt rein in den Verein und wir schauen jetzt in das letzte 85x10er-Pack für das heutige Video. Morgen geht es weiter mit weiterem Content, mal schauen, was rumkommt. Und hoffentlich entweder, ja, man, nee, auf den ich hier die ganze Zeit warte. Hier ist es auf jeden Fall jetzt nochmal Figure 93er-Rating mit, wie viele Duplikaten haben wir diesmal? Zwei Stück und Dembélé ist am Start. Nicer Pull, kostet zwar auch gar nichts mehr, aber 5-5-5-5-95er-Dembélé, den nimmt man natürlich gerne mit und Bruno Fernandes und Figure 93er-Tots als Duplikat. Tja, nehmt mal mit, Friends, nehmt mal mit auf jeden Fall. Also, das soll es gewesen sein, zerstört auch nicht den Like-Button, wir sehen uns morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Tschau Leute!